hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal diesmal reagiere ich auf einen bewerber in den letzten reaktionsvideos habe ich ja eher so auf bestoffs von mir reagiert und auch noch ein paar andere sachen diesmal reagiere ich auf kiss my skill der wollte sich bewerben hat drei videos hochgeladen mit dem hashtag laser gucke ich mir auf jeden fall alle drei an dafür lassen auf jeden fall einen fetten daumen nach oben da er abonniert den guten jungen würde sich bestimmt freuen ja der namen möchte einfach könnt ihr bestimmt abonnieren falls ihr Lust dazu habt und dann mich natürlich auch abonnieren ein bisschen bescheid und einen daumen nach oben da lassen und dann geht es jetzt los sein partner hier ist auf jeden fall ganz cool die eigentlich auch als kiss my skill level und mal gucken wie das so ist das hat keine copyright musik oder so okay dann schon gar keine scouts ja das ist schon mal nicht schlecht auf jeden fall 8 kills aber es hat auch erst 53 punkte dann da hat er wieder 10 kills 8 und 50 punkte ist wahrscheinlich aber die gleiche runde oder so das war sehr gut gemacht von ihm sehr schön gespielt auf jeden fall falls ihr auch mehr zu so halt klammern und so wissen wollt könnt ihr gerne mal wieder abchecken neue klammern gejoint oder fahrt auch noch so ein paar sachen ja falls euch das interessiert das ist natürlich gut also er enthält der einzige aber das ist trotzdem sehr gut gemacht von ihm er hat jetzt schon 13 kills boah das ist gut mal herrscht laser oder laser klan dann gucke ich mir auf jeden fall auch manchmal einfach so videos davon an ne wisst ihr bescheid falls ihr ein video hochladen habt schreibt es doch gerne ich bin schon mal sehr gut er hat schon 16 kills wenn er den noch kriegt hat er 17 hier aber noch so getroffen ja geht natürlich anders los hat er geschafft mit 17 gute runde dass er 38 punkte ich glaube er macht sich immer ein bisschen runter und dann und dann wieder punkte weniger oder so zu bekommen kann sein er hat auch elf kills ist ja nicht auch nicht schlecht ja wenn das video war war auf jeden fall ganz okay könnt eure meinung auf jeden fall schreiben schreien am besten einfach herrste 1 video fand ich gut herrste 2 video fand ich gut oder sowas oder halt video falsch schlecht ja würde ich sagen gucken wir uns mal die anderen videos an also das erste video hat mich schon mal sehr gut gefallen ist er wieder heikämerans das sah dann sehr gut aus er hat schon sehr gut editiert war natürlich sehr hoch die empfindlichkeiten aber das war eigentlich nicht schlecht fand ich das video ihr könnt ihr eure meinung das auch da lassen ich hoffe man hört mich auch gut und es rauscht nicht oder sowas ja geben wir noch die zweite bewerbung die ist genau so lang weiß es ist das gleiche wenn ja dann kommen wir gleich einer rüberskippen die so nicht so ganz das war natürlich schön gemacht da kann ich nicht so richtig 4 ja 4 normalen solle von filz und schon erklärt er hat wieder zehn kids ja er ist kein schlechtes spieler auf jeden fall macht er gut das war ein schöner edit hat ein paar schüsse fast fehlt aber der hinterher natürlich gut er wurde man schon ausgehoben nach der hit ist bei ihm sicher ist jetzt aus dem tresor hat wieder sieben kills sehr geschwönen round schöner losgruppe gedrückt hat es gibt alle hits alle alle rein doch ja wieder ein schöner snipe aber losgruppe sind eigentlich nur glück aber die snipes sitzen auf jeden fall bei ihm merke ich ja das ist schön das clip sind zwar schon sehr alt irgendwie obwohl das alles interessiert da ist das ich jetzt ein meter weil er so viel haben wir gestorben aber das hat er gut gemacht die fallerei ist ein bisschen lang aber der ging aber halt nicht los ja die hits sitzen auch die hits nicht ganz gut könnt ihr eure meinung mal schreiben also bis jetzt gefällt mir das wirklich sehr gut was er macht es war auch ein schöner hit kann ich ja nur sagen das auch bleibt auf jeden fall bis zum ende dran weil da werde ich erst meine bewertung abgeben sondern kreativ kpx ein kumpel mit 22 kills ich will okay das ist mal das kann ich mir schon mal vielleicht sogar ein bisschen besser er kann ich auch mal schauen welches video besser waren dann wird so wenn man das dritte video angeguckt ihr könnt auch mal schreiben ob ihr ihn in den kleinen aufnehmen oder nicht schon gesagt das werde ich euch am ende das video nehmen aber ist also ich habe eine klare meinung mal gucken hier video geht schon 60 minuten lang eieieiei das darf doch nicht so lange sein zeig mal was hier ist in dem video ist das längste da ist glaube ich sogar schöne hits die da reingang sind ja sehr schön da hat er schon mehr punkte und fast das ist ja richtig gut ja quali ist jetzt gerade jetzt geht's wieder schön schön gemacht sehr schön von ihm schön aus nein alles neid sitzen wirklich das macht er gut ja das war auch schön das war schön ja das ist auch schön die sitzen alle sehr gut ich ja trappend 247 punkte sehr gut aber auf höherem niveau und hat noch immer zehn kills bei 244 punkte das ist schon gut vier kills schon wieder bei so vielen punkten ist gut das ist sehr gut das ist ein sehr guter spiel ich hab den nächsten die manchen arena normal hat aber auch kill schon wieder das läuft auf jeden fall er kann auf jeden fall mal das ist wieder kreativ das ist immer so ein bisschen seine mongrel 90s und mal 90s sehen auch geil ausgenehmend auf euch zu den 90s eure meinung schreiben ne ja sieht ganz okay aus eigentlich ich hätte vielleicht so standard youtube musik noch hinter packen können wäre es vielleicht ein bisschen anregender für den zuschauer gewesen doch so auf jeden fall wenn du das jo macht das schön ja ja kann er das kann er gut das kann er gut sehr gut total gut wie er es macht ja kann sogar 8 liar das sieht schön aus das gefällt mir sehr das Video fand ich es auch gut an hm jo so so was machen wir mit dem Video äh fand ich es auch geil ähm könnt ihr mal eure meinunger zu schreiben äh ich fand es auf jeden fall geil äh lasst gerne ein abo und ein like da und ich würde sagen falls der gute Lust hat kann er auf jeden Fall in den Clang kommen er ist wirklich sehr gut macht sehr viele high killruns spielt wirklich sehr gut äh mit dem jacke mit dem sniper er ist wirklich sehr gut falls du das Video siehst ähm ja teile es mit deinen Freunden und schreib ob du reinkommen willst aber ich würde es dir mal empfehlen äh ja sehr cooles Video lass gerne ein like und ein abo da falls ihr mehr über den Clang erfahren wollt guckt euch das Video an ne Clang immer gedoint und dann würde ich sagen tschüss bis zum nächsten mal